Ah, ich muss mal so Interaktion mal ein bisschen mitführen, damit er das auch sieht, wo weiß es da auch. Commander Shepard, Commander die Leute von der Allianz, Commander Shepard, Khaleesa Ben Sinan Al-Jilani, ist es wahr, dass sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten können? Ich will Hilfe für die Erde holen, für alle. Und was ist mit all jenen, die leiden müssen, während sie mit dem Rat Politik spielen? Wie können sie hier stehen, während unsere Familien sterben? Khaleesa, wir tun alles, was wir können. Bevor die Feeds ausfielen, es gab so viele Tote. Ich halte die Reaper auf oder sterbe dabei, aber ich brauche ihre Hilfe. Stellen Sie weiter unbequeme Fragen. Der Rat darf die Erde nicht vergessen. Ich habe das Militär oft hart kritisiert, aber zum Glück sind sie auf unserer Seite. Ja, das ist wie im Weltfriede. Jeder will Militär abschaffen. Wenn dann irgendwie so eine Situation kommen würde, dann schreit jeder nach dem Militär. Ja, das ist zum Beispiel so ein Informationszentrum-Dingsbruch da, so eine Kegur da. Oh, wir sehen mal den Dach ein. Hey Commander, Liara sagt, der Rat sei nicht daran interessiert, uns zu helfen. So, was in der Art? Warum sollten sie auch? Sehen Sie sich um, hier gibt es keinen Krieg. Die Leute flüstern darüber, reden darüber, aber sie glauben es nicht wirklich. Das wird ein bitteres Erwachen. Alle Spezies werden untergehen, wenn sie nicht mit uns zusammenarbeiten. Ach echt? Unfassbar, dass man überhaupt darüber reden muss. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt, aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Henderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich ziehe es durch, was es auch kostet. Freut mich zu hören. Ich gehe runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. Ich habe eben was gesehen. Da fliegen, da fliegen Flügel. Flügel fliegen da. Ich werde ruhig. Finde die? Diese, diese Schatten da. Nach fliegen Flügel. Ist das Störer hier? Entweder das ins Ende, oder... Was anderes. Äh, das ist ja Störer. Also, ich kann jetzt mal zurück zum Schiff gehen. Und, ähm... Willkommen, Commander Shepard. Beide vorwärts. Okay, jetzt zum Schiff zurück. Genau, egal. Ja. Also, dann sieht man sich bald wieder. Ihr seht. Keiner will helfen. Die hier wird nur geboppelt. Und wenn es dann so weit ist, dann kommt das böse Erwachen. Ja. Wie im richtigen Leben, gell? Soll es sein. Ja.